Wir sind in den Todesopfer, wir trauen mit den Angehörigen. Unsere Gedanken sind auch bei den vier Menschen, die aufgrund des Hochbrassers in Not geraten sind. Der 1. FC Saarbrücken, der TSV Haarhuser und die 3. Liga möchten Sie bitten. Helfen Sie mit, spenden Sie für die Beschädigung. Wir bitten Sie nun, sich zu erheben und für einen Moment innezuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank.